Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Das Wochenende ist da und mit ihm sommerliches Wetter. Also raus in die Natur und die Sonne ausgiebig genießen. Auch den Abend können Sie bei angenehmen 22 Grad noch gut im Freien verbringen. Der RTF1 Wetterbote, präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Dem größten Modeeinkaufszentrum in der Region Neckaralp. Stark in Preis, Auswahl und Service. Der morgige Samstag zeigt sich von seiner schönen Seite. Temperaturen bis zu 23 Grad sind möglich, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Auch abends bleibt es noch angenehm, in der Nacht kann es aber auf 11 Grad abkühlen. Der Sonntag wird noch schöner als der Samstag. Sonne pur, nur wenig Wolken. Das Quecksilber klettert auf rund 24 Grad. Auch der Montag und der Dienstag halten sommerliches Wetter bereit. Sonnenschein und bis zu 26 Grad sind möglich. Menschen mit hohem Blutdruck und Rheumatiker müssen morgen wegen der Wetterlage aufpassen. Sie könnten mehr Beschwerden als sonst bekommen. Die Temperaturen sorgen dagegen für weniger Kreislaufprobleme. Die Temperaturen sorgen für weniger Kreislaufprobleme.